Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde, willkommen in diesem tollen Stadion. Wolf Fuss und Frank Buschmann freuen sich sehr, dass sie zu Hause mit dabei sind. Wir werden dieses Spiel wieder einmal für Sie kommentieren. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. Und man spürt an der Atmosphäre hier, das ist ein besonderes Spiel für alle Beteiligten. Tolle Chance, Tor, da ist es, das ist die frühe Führung in dieser Partie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Stanislaw, Lobotka. Sambuanguisa. Piotr Zielinski. Vielleicht der Ausgleich. Am Ball jetzt Quicher, Quarazkelia. Da haben sie die Chance. Immer noch die Chance. Matteo Politano. Gutes Tackling hier. Xaver Schlager. Osimen. Piotr Zielinski. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Victor Osimen. Jetzt der Ball. Politano. Den Ball hat er. Yusuf Paulsen. Simons. Setzt sich durch. Yusuf Paulsen. Super gemacht. Gute Verteidigung. Christoph Baumgartner. Das ist Xavi Simons. Da ist er alleine durch. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Amir Rahmani. Zielinski. Da muss er hin und holt sich den Ball. Kurz vor der Pause liegen die Gäste hier deutlich vorne. Sie führen mit zwei Toren, sitzen hier. Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Stark gemacht. Doppelpack. Niemand kann ihn aufhalten. Wir schauen noch mal auf. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Schöne Aktion. Matteo Politano am Ball. Da ist die Chance. Stark. Das war's mit der Chance. Er ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Piotr Zielinski. Er dribbelt in die Mitte. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Armball jetzt Xavi Simons. Schön dazwischen gegangen. Das ist Xavi Simons. Er hat weiter den Ball. Wichtige Aktion. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, sehr dribbelt stark. Macht das richtig gut. Amadou Haidara. Das ist Xavi Simons. Gefährlich jetzt. Viel Platz für den Konter jetzt. Quicher Quarazkelia ist das. Am Ball jetzt Quicher Quarazkelia. Eine Riesenchance. Schlager. Baumgartner. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Xavi Schlager. Das ist natürlich ein guter Pass. Sucht die Lücke. An den Pfosten, aber immer noch Gefahr. Schlager. Balleroberow. Am Ball jetzt Xavi Simons. Jetzt die Chance. Der muss doch drin sein. Drin ist der Ball. Alles offen. Also so einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Matteo Politano. Eine Minute gibt es obendrauf. In diesem Moment ist die Partie zu Ende. Für die Gastgeber gibt es heute also eine Niederlage. Ein Spiel zum Abhaken. Eine klare Niederlage. Sie gehen richtig unter. Das müssen wir so hart sagen. Ein deprimierendes Spiel. Buschi, wie hast du Xavi Simons heute gesehen? Das war ein ganz starkes Spiel von ihm, oder? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Das war ein ganz starkes Spiel.